Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir sind heute wieder am Start mit Apache. Er hat den neuen Track rausgehauen, 200 kmh. Wie versprochen, auf Instagram habe ich euch ja gefragt, was ihr euch wünscht. Und am meisten wurden Bishido und Apache gesagt, Apache hatte ich sowieso Bock drauf, deswegen. Ja, Freunde, Link zum Instagram-Account übrigens ist in der Beschreibung. Wir sind kurz vor den 10.000 Followern. Also, falls ihr jetzt hier mit dabei sein wollt und ihr einer der letzten Menschen sein wollt, die noch bis zu den 10.000 Followern fehlen, dann folgt mir gerne auf Instagram, Freunde. Den Link ganz oben in der Beschreibung und im angeplittenen Kommentar würde mich sehr freuen, Leute, ja. Ansonsten haben wir jetzt erstmal, wie gesagt, Apache, gerade der Künstler, den ich am meisten höre, tatsächlich. Mit 200 kmh, produziert bei Stickle, ist das Video bei den üblichen Verdächtigen. Ähm, ja, NBP-Films wie der Kameraschnitt und Color Grading. Wir schauen rein, Freunde, let's go! Okay, das habe ich schon gesehen auf Instagram. Apache sieht sehr gut aus, gerade, Apache sieht sehr, sehr gut aus, gerade. Bruder. Okay, also aus dem Winkel sieht sie echt nicht mehr so geil aus. Aus dem Winkel sieht ihr Face echt ein bisschen klumpig aus. Sorry, ich will jetzt hier niemanden auf Händen. Fuck, du musst selbst beenden, späti, weiß, wann ich zipp. Boah! Bitch, an der Ampel, ich wink. Eine Sekunde später, ihr sitzt, ich bei ihm auf dem Beifahrersitz. Ehre. Das ist Apache einfach, Jungs. Auf dem Beifahrersitz. Bitch, an der Ampel, ich wink. Äh, äh, äh. Bro, mein Kopf ist gefickt. Zu jung, hab keine Weitsicht. Was ist richtig, was nicht. Ah, 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 ah. Sonnenbrille ab, fahr durch meine Stadt, ich krieg kein Fick 200k an. Oh, Digga. Für alles, was ich mach, alles, was ich mach, kann ich später mal nicht verabzahlen. Oh, Digga. Ich hab keine Sonnenbrille ab. Oh, Digga. Ba durch meine Stadt, ich krieg kein Fick 200k an. Für alles, was ich mach, alles, was ich mach, kann ich später mal nicht verabzahlen. Das, was ist das für eine Stimme. Was ist das für eine Stimme, Mann. Ich hab wieder alleged Gänsehaut am ganzen Körper, Alter. Auch am kleinen Zeh. Und am Hoden. Alles, was ich mach, kann ich später mal nicht verabzahlen. Boah. Das ist der Traum Jungs, das Rentnerleben von Apache, dem Gangster, der ab und an den Rasen mäht. Ich weiß nicht was, was mit diesem Typen ist, der hängt immer bei Apache mit rum, der ist voll geil, man. Im letzten Video von Rolla, ich hab den gefühlt, ich fühl den Typen, Alter. Der sieht übel korrekt aus, ich weiß nicht was mit dem los ist, aber ich fühl den Typen. Was? 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 Für alles, was ich sag, alles, was ich mach, kann ich später mal nicht mehr bezahlen. Yo! Ey, wie geil. 25.10. Freunde, es lässt nicht mehr lange hin. Es lässt nicht mehr lange hin, Leute. Man muss sagen, das ist clean gemacht hier. Das ist clean gecuttert worden. Aber wobei, das sah eher nach Greenscreen aus. Sieht eher nach Greenscreen aus, hier so ein bisschen, ähm, hart zumindest. Da haben sie die Wolken, glaub ich, gemacht. Nevermind. Freunde, kleines großes Minifazit jetzt ja, zu Apache 200 kmh. Fett geworden wieder, krasse Stimme. Ich liebe sowieso, wenn ein bisschen mehr gesungen wird, als gerappt wird. Das hier war mehr gesungen als gerappt, deswegen sowieso aus meiner Sicht ein geiler Track von Apache. Ähm, schön, Mann. Auch noch eine Message dahinter. Auch ein Musikvideo gut dargestellt, finde ich. Und sehr sympathisch wieder. Sehr, sehr sympathisch. Und sehr eigene einfach. Ihr wisst es, Freunde, Apache hat seinen eigenen Style. Und, ähm, ja. Ich freu mich drauf, Freunde. Ich freu mich auf die EP. Ich bin gespannt. Das war jetzt, glaub ich, erst der zweite Track von der EP, der rausgekommen ist. Oder war schon der dritte? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall freu ich mich auf die EP, Leute. Ich bin sehr gespannt. Und wir werden bestimmt auch ein Video machen, wo ich mir die komplette EP anhöre mit euch zusammen. Und, ähm, ja. Dann würde ich sagen, Freunde, war es jetzt an dieser Stelle von mir. Lasst mir gerne eure Meinung dazu. Apache an sich. Aber auch zu diesem wunderbaren Track. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, dann bleibt fresh so wie immer. Und ciao.